Naja, so geht das. Oh oh, oh oh. Fuck. Ja, nochmal. Verrock. Autsch. Nochmal. Du bist ja nicht der sich hier weh tut die ganze Zeit. Fuck man ey kacke ich spring ja mal neben die Raide. Fucking kacke scheißen Dreck. Ne das war echt knapp. Geht doch. Dann nehmen wir das rein. Yo, jetzt wo dein fettes Sponsorentape fertig ist, müssen wir dafür sorgen, dass man über dich redet. Du musst vor Publikum skaten, okay? Yo, am einfachsten findest du heraus, ob was abgeht, indem du auf die Karte schaust. Yo, Cass und Seb machen ein paar crazy Contests. Freeway hat ein paar fette Rennen am Start. Atiba sucht Spots, an denen er Fotos schießen kann. Und ich glaube sogar der Thrasher hat was laufen. Yo, und wenn du noch mehr Infos brauchst, check einfach Slappys Blog. Er hat seine Augen und Ohren überall. Alles klar, jetzt wo du weißt was zu tun ist, los. Alles klar. Alles klar. Oh ja. Ähm, jetzt? Was muss ich? Challenge-Karte. Ähm. Teleport. Geil. Wenn du Sketchy landest, verlierst du Speed und es sieht ätzend aus, wenn du deinen Speed beibehalten und Stil beibe... Fick doch! Zeug in neuen Pool werwerfen macht echt Spaß, Lob. Sch... Die harte Hand! Häh! Wie gar nicht mehr wär's! Ich meine die Rail erst mal Hallo sagen, oder? Komm, noch ein Versuch! Ich verspreche, jetzt klappt es sicher! Wie oft will er das denn noch machen? Du, du bist erledigt! Geschichte! Yo! Alter! Entspann dich mal! Nur noch einen einzigen Versuch! Hey! Nenn mich nicht Alter! Du beschädigst anderer Leute Eigentum! Du bringst dich und anderen in Gefahr! Du bist erledigt! Mann! Was verdienst du in der Stunde? Komm schon, Terry! Bezahl einfach! Ich sag dir, nenn mich nicht Alter! Legs nicht drauf an! Dude! Ich will dich ja echt nicht Dude nennen! Aber Dude! Geh aus dem Weg und lass mich das Ding landen! Hey, das ist mies! Wir müssen sofort hier weg! Hm! Shit! Mann! Ey, das mit Brayden war brutal! Weißt du was? Ich schreib einem Artikel wie harsch es hier ist! Ja! Ey! Nicht ehrlich, oder? Noch ein Foto mit der Chiba? Ja! Mann! 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 Tresher hat ne Pool Party! Ne Pool Party! Ichs glaub's nicht! Du brauchst beim Freeskating einfach so tue! Verabrede dich mit Freunden zu free skate 두! es geht in Aktivität wie Korb, Korb, Spaß, irgendwas Wir brauchen hier mal Hilfe Geil, ich war irgendwie im Pool drin Tut mir leid, das ist eine Privatparty Oh, der Vertigo Vampire Was geht, Nebs? Ah, ich hätte es mir denken können Ist ein Vans berühmter Kameramann Radha Hast du die Kohle dabei, oder was? Komm schon, Nebs Hey, ich hab dir diese Lava-Lampe geschenkt Wir sind Quid, Baby Tut mir leid, das ist eine Privat-Sash Oh, was geht ab? Lass uns rein Wenn du mir ein paar Puts zum Skaten sagst Darf sie hier mitmachen Gut, das... Das können wir machen Aber als erstes Machen wir... Skateboard-Mag Dann können wir In meinen Pool sagen Was geht? Hey, was geht? Was geht mit dem Spot hier? Der Spot ist heiß, Digges Kein Scheiß, deshalb hab ich Verstärkung gerufen Huch, da hast du aber ordentlich Verstärkung gerufen Hey, keine Sorge, Alter, ich sperr den Spot für dich ab Der erste ist gratis Aber nächstes Mal muss ich dir was berechnen Ich hab nen Bärenhunger und muss was essen Los, an die Arbeit Ich bin hier, mach dein Ding Mach dein Ding, ja klar Yo, hier ist mir echt zu viel Security Wow falls ich es vorhin gelesen habe die lektion jetzt gelernt Ich ruf mal so seitlich. Alles klar, ich bin da, legt los. Hier wir gehen. Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. Bist du bereit? Hey, es geht um deine Coverage. Du musst entscheiden. Nein! Nein! Nicht dieses Foto! Nochmal! Mann, ey, nein. Ich mach das einfach nochmal, weil es... Hat sich nicht gelohnt, das ist dreckig, ey. Falsches Foto ausgewählt. Autsch. Jo Baby, auf dem Boden siehst du sogar noch besser aus. Hm, bittig. Mach lieber einen Trick darüber. Geiler aus. Was will der Fettzeug von mir? Was? Nein, die gefällt dir da. Komm. Nein! Dings. Jawoll, endlich! Zack, und an gegen die Wand. Ja, wenigstens von denen gefällt dir am besten. Geiler ausgewählt. Die da ist das da. Gerockt. Mann, noch ein Foto mit der Fieber? Wie gesteig musst du jetzt sein. Heilige Kuh, meine Fresse! Kohle! Kohle! Sieh dir mein Gesicht an! Erinnerst du dich an mich? Erwischt! Hey, alles klar? Gehen wir doch dem Penner ein bisschen Parpuls suchen, oder? Gehen wir doch mal schnell hier hin. Gehen wir doch mal. Trocken ist Brad. Yo, hier wollte ich schon immer mal was shooten. Aber irgendwie bauen die hier gerade was auf. Gefährlich. Welche Drecksau traut sich das? Außer wie jetzt. Autsch! Du bist doch okay! Vergiss es einfach! Ja, ja. Du musst es gut sagen. Du musst ja nicht hier tausend Meter unterfallen. Das glaube ich, ne? Du musst dir ja nicht wehtun, ne? Oh, das ist knapp. Hallo! Mhm. Mhm. Doch. Na. Geh doch! Diese scheiß Steuerung. Mhm. Das hat dann gefällt. Jawoll! Jawoll! Scheiße! Nochmal! What the hell? Ja. Wir haben noch vielleicht. Bestimmt wir haben noch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR